hallo und herzlich willkommen in diesem video reden wir über changelog 4.02 oder 00 ich weiß jetzt nicht genau in welcher version wir sind denn dieses dinge schon einige wochen in entwicklung kurze info vorab das ist der patch für foundry version 10 das heißt wollt ihr auch von version 10 umstellen könnt ihr das nur mit diesem update dieses update steht aber nicht für von version 9 zur verfügung wir befinden uns jetzt gerade in der umbruchphase im wechsel und ich nehme jetzt auch gerade auf während wir sogar noch so ein bisschen im testbereich sind in foundry das bedeutet es gibt noch einige bugs und wahrscheinlich auch in der stable version release gibt es sowohl in foundry als auch in dsa vielleicht als auch in einigen modulen noch bugs je früher ihr umstellt umso mehr bugs werdet ihr wahrscheinlich feststellen ansonsten im laufe der zeit natürlich ihr und ich vielleicht auch noch und die entwickler bugs fixen herausfinden und updates bringen ganz ganz wichtig wenn ihr auf dieses update installieren wollte das heißt von version 10 macht vorher ein backup ohne backup könnt ihr nämlich nicht zurück auf version 9 wenn ihr die welt einmal gestartet habt dann wird die welt nämlich angepasst auf diese version und ihr könnt nicht wieder zurückkehren und informiert euch vorher ob die module die er einsetzt zusätzlich zu den dsa modulen überhaupt kompatibel sind mit version 10 ich habe dazu ein video gemacht die vorbereitung version 10 die blende ich euch hier oben einmal ein und verlinke sie in der video beschreibung das nur einmal vorab das ist ganz wichtig bei diesem update und in diesem update werde ich auch ein paar dinge und ihr seht es jetzt schon von version 10 zeigen da werde ich aber ein separates video zu machen wo ich auf die änderungen system neutralen änderungen von version 10 drauf eingehe hier will ich wirklich nur das changelog behandeln und das fängt an mit einem kleinen hinweis dass von der version 10 wirklich 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 viel arbeit gemacht hat bei den entwicklern denn es wurden in fondry selber fundamentale dinge angepasst um zukunftsfähig zu bleiben und dadurch hat sich für die system und module entwickler ein enormer aufwand herauskristallisiert das ganze wurde angepasst die entwickler und ich haben auch so gut es geht getestet aber wir können natürlich nicht garantieren dass in irgendeiner weise keine bugs mehr drin sind trotzdem haben die entwickler ist geschafft hier zusätzlich ein paar funktionen rein zu bringen was ich total irre finde zum einen gibt es jetzt die swap hands modifikatoren es bedeutet ihr könnt zwischen beidhändiger führung und einhändiger führung wechseln das findet ihr im charakterbogen im kampf jetzt ganz hier hinten so ein kleines symbol ihr seht ihr korgrim füllt seinen felsspalter zweihändig sind zwei hände klicke ich auf die hände wird der felsspalter einhändig geführt und die modifikatoren dafür werden angerechnet so könnt ihr jetzt auch mit den passenden modifikatoren auf die waffe einen speer und ein schild zum beispiel zusammenführen über diesen kleinen ja dieses kleine icon hier hin dann gibt es einen neuen gegenstandstyp der nennt sich informationen den habe ich hier einmal angelegt das heißt wenn ihr auf create items geht habt ihr jetzt ganz hier unten den itemtyp informationen er ist recht einfach aufgebaut im sheet ihr könnt hier einmal das talent auswählen auf dass die informationsprobe gleich gemacht werden soll ich habe hier mal metallbearbeitung genommen und dann könnt ihr bis zu qs6 informationen füllen wenn ihr das gemacht habt könnt ihr hier oben in chat posten die ganze informationen einmal als probe hier rein laden dann markiere ich jetzt meinen charakter wenn ihr spieler seid habt ihr euren spieler charakter markiert klickt auf die metallbearbeitung sagt wurf und ich habe jetzt eine qs2 und ich bekomme jetzt auch nur von qs2 die informationen angezeigt die entwickler selber arbeiten daran um zb in kreaturen diese dinge gegebenenfalls umzusetzen die ihr ich weiß gar nicht wo es hier ist es nicht drin sieht jetzt kreaturen so über proben um herauszufinden was die können die werden gegebenenfalls noch über informationen abgebildetes könnt ihr aber vorab wenn die entwickler jetzt nicht zeiten hat dazu kommen weil sie immer noch bugs suchen selber machen indem ihr dann aus der kreatur die informationen so ein info item packt das info item selber wenn ihr dann in die kreatur ziehen muss man kurz gucken könnt ihr nicht ihr müsst es verlinken es kann auch sein dass es noch ein bug ist ich werde mal schauen wenn ich das info item noch mal in separates tutorial parker wie das ganze geht aber zur not könnt ihr es hier einfach in der seitenleiste lassen zieht euch den link wie es kennt hier rein und könnt dann hierüber das item öffnen und auslösen das erstmal der weg vielleicht gibt es noch die möglichkeit später hier als als richtige ausrüstungs gegen als richtigen ausrüstungsgegenstand oder so hinzuzufügen wobei es unter den notizen auch mehr sinn macht vielleicht macht das auch gar keinen sinn jetzt wisst ihr auf jeden fall hier habt ihr die informations item dann gibt es jetzt die artefakterstellung die findet ihr hier links im meister menü und zwar im spieler menü also diesem grauen das heißt die spieler haben auch zugriff darauf unter artefakt zauberei vom prinzip her funktioniert es genauso wie es bei der beschwörung gewohnt seid ihr öffnet euer character sheet habt ihr hinten den link mit dem ihr euren charakter reinziehen könnt als spieler wird er vermutlich sogar automatisch geöffnet der euch zugewiesen ist als spielleiter zieht ihr euch den hier einfach rein dann habt ihr hier die möglichkeit verschiedene modifikatoren anzugeben über das material ladezeit und darunter noch mal die ladung ganz wichtig bevor ihr die probe macht müsst ihr einmal angeben wie viele ladungen hier rein zaubern wollt habt ihr ladung 0 wird das item nicht generiert dann wählt ihr euch hier aus den ausrüstungsgegenständen den der charakter bei sich hat ein item aus was als artefakt genutzt werden kann ich nehme jetzt hier zum beispiel mal den kohlestift als nächstes macht ihr die probe auf den akka novi den müsst ihr hier drin haben damit also dem ist die akka novi den akka novi selber im zauberer haben den hier drin reingezogen habt also der muss das können ansonsten wird es natürlich schwierig mit der probe ihr könnt dann auf die probe durchführen und er erkennt automatisch welche qualitätsstufe erreicht habt als nächstes wählt ihr den zauberspruch aus dem jetzt mal den oculus astralis würfel ich nehme mal hier die spielleiter willkühle mit mir das auch halbwegs gelingt jetzt habt ihr den oculus astralis gewürfelt ihr könnt die ganzen effektfelder und so ignorieren es geht ja nur darum dass hier die fertigkeitspunkte einmal reingeschrieben werden ihr könnt ihr das auch manuell machen also im gegensatz zum proben könnt ihr auch einfach die fertigkeitspunkte hier reinschreiben aber es geht ja darum dass ihr die probe macht euer spielleiter sieht das auch alles und über fertigstellen wird dann einmal das ist auch ein neues features zeige ich gleich noch mal die ja das item generiert und ihr habt in euren ausrüstungsgegenständen den kohlestift mit den jeweiligen zaubern drauf ja dann das ist etwas was ich jetzt nur bedingt zeigen kann es gibt aktive waffeneffekte für waffen und andere gegenstände also das bedeutet ihr könnt euch einen einen ring zum beispiel anlegen der hier bei belima den dolch die dolch attacke immer um zwei erhöht das ist hier zum beispiel als beispiel angegeben über diesen code im effektfeld könnt ihr jetzt über dolch streitaxt welche waffen auch immer also welchen waffennamen auch immer bei fernkraft waffen sollte es glaube ich range weapon hier sein die werte verändern die ganzen werte findet ihr im system über f12 und dann müsst ihr die konsole bedienen ja dazu habe ich separat mal ein video gemacht vielleicht gehe ich irgendwann auch noch mal wirklich direkter auf die effekte ein ihr könnt euch hier aber so ein bisschen am beispiel entlang hangeln wenn ihr jetzt sagt ihr wollt auf den gegenstand diesen effekt legen nehme jetzt den ohrregen sage status effekte plus dann habe ich diesen status effekt ich bearbeite ihn und muss dann über effects plus diesen code hier rein kopieren und kann ihn dann modifizieren je nachdem was ich möchte hier steht auch schon als beispiel drin mode ist add und value ist 2 das heißt wenn ihr 2 auf die attacke mit dem dolch haben wollt müsst ihr diesen diesen kram hier unter attribute key change mode und effect value eingeben und dann funktioniert das leider gibt es hier ein bug im moment wenn die effekte nicht gespeichert darum kann ich euch das nicht zeigen in der theorie habe ich jetzt aber ein plus zwei modifikator auf meinen angriff nur mit dem dolch mit keiner anderen waffe also er guckt wirklich nach der bezeichnung der nahkampf waffe ändert ihr sie hier von dolch auf was anderes funktioniert der effekt natürlich nicht mehr dann gibt es noch einige andere kleine erweiterung zum beispiel ich werde nicht alle zeigen damit ich das video auch nicht zu lang mache aber ihr habt sie schon mal gehört die effekte von sonderfertigkeiten von nachteilen werden entsprechend ihrer stufe x mal angewendet das heißt wenn ihr eine sonderfertigkeit oder einen effekt habt der über einen status effekt geht dann wird jetzt der status effekt auch über die stufe angepasst das war vorher nicht so das meistermenü hat jetzt einen button um alle verfolgten akteure gleichzeitig aufs spielfeld zu ziehen und der nächste punkt passt auch dazu man kann nun akteure aus dem meistermenü direkt auf das spielfeld ziehen was meint das wir gehen mal ins meistermenü wir haben hier jetzt ein button wenn wir den hier benutzen ziehen wir alle diese akteure die hier meistermenü drin sind auf die spieloberfläche als token das heißt damit könnt ihr relativ schnell die spieler auf die szenen bekommen und ihr könnt es auch nochmal mit den einzelnen spielern machen die bibliothek hat jetzt einen ladebalken damit man weiß was gerade passiert ich lade einmal ganz kurz die welt neu damit ich euch das zeigen kann und zwar wenn ihr jetzt mit l oder wo auch immer die library öffnet seht ihr hier oben einmal einen ladebalken damit ihr seht was gerade da passiert und wie weit der ladestatus ist auch um zu gucken wie lange dauert das überhaupt bei euch dann könnt ihr die kampfregeneration von kreaturen jetzt deaktivieren ich habe hier mal einen werwolf drauf gezogen der hat unter status die regeneration das ist ja deren natürliche regeneration pro kampfrunde und in den regeln ist festgelegt wenn er mit einer silberwaffe getroffen wird dann setzt die regeneration aus und jetzt könnt ihr hier bei diesen transferierenden statuseffekten auch sagen ich möchte ihn deaktivieren ihr müsst es manuell machen aber zumindest könnt ihr sagen okay er wurde jetzt mit einer silberwaffe getroffen die regeneration gilt aktuell nicht mehr die status modifikatoren sollten nun einen hilfreicheren tooltipp haben das ist über die zum beispiel die attacke und so weiter geregelt wenn ihr hier modifikatoren habt habt ihr neue tooltipps da müsst ihr allgemein mal gucken die tooltipps wurden insgesamt ein bisschen überarbeitet von der optik und die entwickler haben nochmal zugesehen dass passend modifikatoren dazukommen dann gibt es traditions artefakt sonderfertigkeiten haben nun ihr jeweiliges artefakt als symbol dafür gehen wir einmal in die library bindung der sicher bindung der war verbindung der zauberkugel ihr seht die haben jetzt eins zu eins das symbol der jeweiligen traditions des jeweiligen traditions artefakt ist davor um sie besser zu ordnen zu können also nicht nur bei den bindungen sondern auch bei den anderen aber es gibt noch seile des adepten hier seht ihr es ist der magierstab drin das ist ganz praktisch dann eine kleine änderung zum dsa journalblatt das ist dieses blatt ihr könnt den stil ändern das ist der standard stil und es gibt jetzt die möglichkeit hier oben über das zahnrad das sheet zu ändern vom journal entry und ihr könnt auf ein klassisches journal wechseln je nachdem was ihr gerne möchtet dann gibt es jetzt ein paar touren auf die werde ich auch im v10 video eingehen die touren sind so eine art hilfestellung die befinden sich hier rechts einstellungsmenü tourmanagement wo ihr verschiedene touren vom system von ach von foundry selber vom system was ihr habt aber auch von modulen angeboten bekommen könnt und im endeffekt können die folgendes ihr könnt eine tour starten leider werden die touren im moment nicht ausgeführt ich glaube das werde ich auch noch mal in einem separaten video machen ui overview das kann ich zumindest machen also ihr kriegt eine tour angezeigt einen tour schritt dann wird die die oberfläche wird so ein bisschen grau und ihr werdet dann schritt für schritt durch die jeweilige tour geführt die euch hier zum beispiel die ganzen ui elemente von foundry erklärt das finde ich sehr praktisch gerade für neueinsteiger gibt es so ein paar touren man kann auch mit der nächsten tour weitermachen das hängt aber davon ab ich breche jetzt diese tour mal hier ab das hängt aber davon ab wie die entwickler die touren eingerichtet haben und ich muss ganz ehrlich sagen im aktuellen stand sind die auch noch ein bisschen buggy ihr habt es gerade gesehen ich denke aber die haben viel potenzial um euch auch noch mal neben meinen videos natürlich einiges an wissen direkt in foundry aufzubereiten das finde ich ziemlich cool muss ich sagen da wie gesagt gibt es vom dsa system auch ein paar touren und ich hoffe die funktionieren dann zum release dieses patches beziehungsweise von foundry v10 dann die tooltipps hatten wir gerade schon diese hier wurden auf den v10 stil angepasst das hier ist zum beispiel ein foundry tooltipp und das hier ist ein dsa tooltipp und ihr seht der passt zum stil regenerationswürfe können selektiv ausgewählt werden das bedeutet hier im eigenschaftstab über die regeneration könnt ihr hier unten jetzt anhaken ob ihr gegebenenfalls nur astral oder nur lebenspunkte regenerieren wollt dann haben akteure nun eine methode zur erkennung der kreaturenklasse die zum beispiel die definition der blutfarben für das modul splatter verwendet werden kann im grundregelwerk gibt es ein vordefiniertes makro also es gibt das modul splatter das habe ich vorgestellt das blende ich auch hier oben einmal ein wo ihr blutflecken auf der spieloberfläche haben könnt und jetzt hat dsa das system die möglichkeit umgesetzt dass ihr für kreaturen separate blutfarben wählen könnt die habe ich mal vorbereitet auf anfrage der entwickler und ihr habt jetzt aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ob das hier auch schon drin ist ob ich das richtige update habe show applications show conditions transform splatter configuration hier habt ihr ein makro welches ihr euch dann runterladen könnt in die makro leiste hier ist die splatter configuration und dort könnt ihr dann farbcodes definieren man muss ein bisschen aufpassen die vorderen also wer das farbsystem kennt das ist hexadezimal da kann man sich farbcode generatoren angucken da kann man sich einfach ein farbcode generieren wichtig ist dass die ersten sechs also dieser teil hier die farbe ist die letzten sind nur die transparenz so kleine besonderheit also wollt ihr rein die farbe ändern müsst ihr hier vorne die sechs durch diesen farbcode generator ersetzen sonst müsst ihr nach einem hexadezimal farbcode generator mit transparenz suchen vielleicht verlinke ich auch noch einen in der video beschreibung aber ihr habt es gesehen ihr könnt eure eigene splatter konfiguration nutzen wie gesagt für die kreaturen typen habe ich schon mal ein paar farben rausgesucht wenn euch die nicht gefallen könnt ihr sie anpassen dann gibt es ein paar neue icons für die kartennotizen ihr seht es zum beispiel hier habe ich eine kartennotiz erstellt erstelle ich mal noch eine und dann haben wir hier so ein paar neue zum beispiel griffinshield ist neu medieval gate ist neu ich glaube position marker auch ja der müsste auch vom dsa system kommen ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welche neu kommen da wird es auch noch eine kleine änderung geben weil ich mal darum gebeten hatte entweder hier dsa hinterzuschreiben so dass man sieht sie kommen aus dem system jetzt gibt es aber sogar ein v10 die möglichkeit hier custom icons zu hinterlegen also werden die auch vielleicht sogar irgendwo im system hinterlegt mal schauen wie das ganze umgesetzt wird ihr könnt ihr jetzt aber beliebige icons setzen wenn ihr das wollt das ist aber v10 also das ist nicht dsa spezifisch diese icons die neu sind die sind aber dsa spezifisch dann gibt es jetzt eine automatische aufforderung zur selbstbeherrschungsprobe wenn ihr auf schmerz 4 schmerz stufe 4 kommt wichtig dazu es gibt unter configure settings das menü ist auch neu hier das schwarze auge gibt es jetzt eine einstellung selbstbeherrschung bei schmerz die ist standardmäßig für nur für spieler eingestellt ich habe sie jetzt mal damit ich euch das zeigen kann auf alle gestellt ihr könnt sie auch ausstellen wie ihr das gerne möchtet wenn ich das mache dann habe ich bei minus 40 bin ich jetzt auf schmerz 4 und im chat selber erscheint hier die selbstbeherrschungsprobe um die handlungsfähigkeit zu bewahren in dsa regeln braucht man da glaube ich sogar eine sonderfertigkeit für bin mir nicht ganz sicher ihr wisst das besser als ich das ist jetzt aber im system abgebildet dann eine technische änderung dsa ist jetzt gebündelt und komprimiert was die ladezeiten verbessern soll ich habe einen spürbaren effekt bei mir gemerkt obwohl diese welten die ich immer ab filme und teste nicht aktiv sind trotzdem schaut mal drauf dass wenig experimentell ob ihr da auch irgendwie side effects bemerkt also irgendwelche bugs oder so gerne bugs melden ins geht ab was ich auch in die video beschreibung verlinke aber ich selber finde das system reagiert deutlich angenehmer bei mir dann könnt ihr jetzt im journal browser bücher hier wie gehabt aktivieren oder deaktivieren im zugriff gleichzeitig werden auch in den kompendien die journale begrenzt im zugriff in der einblendung selber die ihr dann hier sehen könnt oder nicht das war ein wunsch der gehegt wurde das heißt wenn man hier im journal brosers für die spieler deaktiviert soll er bitte nicht auch in die kompendien gucken können und das wurde jetzt umgesetzt die automatische umbenennung von token die auf der spielfläche abgelegt werden habe ich gar nicht aktiv in dieser welt das ist diese hier verberge token namen da könnt ihr jetzt sagen ja ich möchte sie verbergen aber nummeriert nein ich möchte sie umbenennen und nummeriert oder nur umbenennen oder nur ja also die nummerierung mit goblin 1 bis x habt ihr dann raus wenn ihr das gerne möchtet das licht makro im grund regelwerk ich zeige euch mal was damit gemeint ist also da braucht ihr auch das grund regelwerk für das findet ihr dann hier token licht konfiguration oder aber als makro hier in den kompendien das hat jetzt unter presets zugriff auf alle lichteinstellungen und ich habe selber dann mal ein dunkelheits licht erstellt das kann ich mir zum einen hier auf die oberfläche ziehen mit den presets die ich dort gesetzt habe oder aber ich kann über das makro hier gehen einen token markieren und sagen dunkelheit das ist dann mein eigenes licht in der vollen konfiguration oder als letzte möglichkeit kann man diese auch hier einblenden mit einem symbol und ich kann die dunkelheit auch auslösen das gibt es jetzt neu mit dem grund regelwerk dass ihr auf alle einstellungen der lichteffekte zugriff hatte vorher konnte man auch schon eigene sachen konfigurieren aber nicht so im detail nun funktioniert die spielleiter willkür auch für treffer zonen das zeige ich jetzt nicht die wurstest schon du schon nachricht die erscheint wenn ihr den bildschirm startet die kann er wird nun acht sekunden statt vier eingeblendet und das ausblenden kann komplett über den button gestoppt werden nach dem stoppen kann man weitere meldungen anfordern also man kann sich richtig durch diese ja meldungen durch klicken in die und bewegungs modifikatoren für zonen rüstung soll nun korrekt berechnet werden ich denke das sagt auch was es sein soll ich benutze das nicht dementsprechend müsst ihr mal nachschauen ob das passt und das hier ist sehr technisch man kann jetzt den kreaturen typ für den npc oder character überschreiben es gibt ja bei den beim character sheet hier beim actor sheet den typ kreatur der hier oben den typus hat beim nsc oder sc habt ihr hier oben die spezies die nicht überschrieben werden kann es gibt jetzt die möglichkeit das habe ich vorbereitet hier in einem effekt container das ganze zu überschreiben aber wie gesagt ich kann euch das nicht zeigen vielleicht mache ich das auch noch mal wobei man hier sich auch an beispielen abarbeiten kann damit könnt ihr halt den kreaturen typ von nsc und sc überschreiben damit schaden gegebenenfalls auch angewendet wie wenn ihr jetzt einen nsc habt in dem ein dämon steckt und ihr wollt die spezies mensch durch dämon überschreiben dann kann bei einem treffer der schaden automatisch mit dem kreaturen typ angepasst werden das nur so als beispiel oder bedingungen lykontrophie wer kreatur vampir und so weiter dann gab es noch ein paar bug fixes die über die ich ganz kurz gehe parierwürfe sondern den tokennamen korrekt anzeigen anstatt des akteurs das war umgedreht die berechnung der schadensmodifikatoren von wehrwesen wurde korrigiert die war wohl falsch die stufendarstellung von allgemein spezialfähigkeiten für das charakterblatt wurde korrigiert und das automatische schwenken der spielfäger im kampf soll nicht mehr exzessiv auftreten das ist wenn ihr im combat tracker seid das war übrigens eine v10 version dieser ansage dann springt er immer dahin das soll nicht mehr ganz so exzessiv passieren ihr könnt es aber auch dieses dorthin schwenken in den systemeinstellungen irgendwo deaktivieren ich muss mal ganz kurz gucken ob ich finde irgendwie aktive schwenke zu aktuellem zu ihr könnt es auch deaktivieren weil es euch ganz gestört hat das nur als info als ihr das nicht wusstet ja das war's zu changelog 4 4.00 oder 4.02 ich werde sind die video beschreibung packen wenn ich denn genau weiß welches changelog das wird wie gesagt wir befinden uns im großen umbruch ich hoffe dass ihr nicht umsteigt ohne backup und wieder zurück müsst ich hoffe wirklich dass euer umstieg relativ am smooth passiert hier sind ein paar coole funktionen drin und auch die module und das ganze system werden jetzt mit den neuen updates nicht mehr für version 9 funktionieren ihr könnt die patches mit changelog version 3 351 ist glaube ich das aktuellste für system oder 352 weiterhin in version 9 uneingeschränkt nutzen neue funktionen und neue module kommen jetzt aber nur noch für version 10 die auch die nächsten wochen definitiv stabil laufen wird und das ist das zielen der foundry und auch der system und module entwickler in diesem sinne wenn ihr fragen oder anmerkungen habt schreibt mir immer in die kommentare und wir sehen uns beim nächsten mal ciao